Yvonne Wuelke, 41, hat es satt. Nachdem sie als Begleitung zum Dschungelcamp angerückt war, änderte sich in ihrem Leben einiges, ihr wurde eine Affäre mit Peter Klein, 55, nachgesagt, was indessen er aus mit seiner Frau Iris, 55, endete. Damit ist das Drama allerdings noch nicht vorbei, immer wieder wettert vor allem Iris gegen Peter und seine neue. Nun findet Yvonne klare Worte für die Tiraden. In ihrer Instagram-Story teilte das einstige ItGirl einen Text, Frauenpower bedeutet nicht, zu versuchen, hinter dem Rücken vermeintlicher Rivalinnen herausbekommen zu wollen, ob diese möglicherweise in der Erotikbranche tätig gewesen sind. Das geht für Yvonne wohl gar nicht, jetzt darf ich bitte auch das Wort. Spannende Z potato! Spannende Zitja in Ruhe есть, jetzt Besten Zitja in Ruhe ist, Vielen Dank.